Guten Morgen. Es ist soweit. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Der Siri und ich fahren heute zum Feuerkurs nach Ister 2. Ist ja im Grunde für mich nichts Neues, die Feuerkurse. Habe ich mit Devon schon mitgemacht ein paar Mal. Wer es schon länger folgt, weiß auch, wie es das letzte Mal ausgegangen ist. Von daher habe ich da noch eine Rechnung offen mit dem Feuer. Ich freue mich aber. Es ist für mich und Siri der erste Auswärtskurs. Er war zwar schon ein paar Mal mit in Ister 2. Aber da war es halt so, dass er mit einer Teilnehmerin meiner Gesundheitstrainer mitgemacht hat. Und auch Dinge, die wir zu Hause tagtäglich tun. Und jetzt ist es halt wirklich so, dass es was komplett Neues ist. Deshalb bin ich ziemlich gespannt, wie er sich schlagen wird und was er zum Feuer sagt. Und ja, Koko wird mit Pö auch mitkommen und ich werde versuchen, daran zu denken, euch ein bisschen mitzunehmen. Und sagt mal, bis später. Bis dann! Der Siri schläft noch. Das Leben ist hart. Na, mein Lein? Jetzt hast du dich gerade hingelegt. Jetzt müssen wir leider wieder aufstehen. Na? Guten Morgen. Guten Morgen. Ist du so müde, Mama? Ist du so müde noch? Oh, oh, oh. Ah, danke. So, und dreckig und ungeputzt. Ich musste ihn leider wecken. Geht jetzt mal schnell auf den Longierzirkel. Ein bisschen ablongieren. Weil wir uns ja doch heute überwiegend im Schritt bewegen werden. Wir haben in der Serie ein ziemlich straffes Programm mittlerweile gewöhnt. Hat ziemlich viel Kondition. Deshalb soll er noch ein bisschen energielos werden und dann werden wir waschen. Gut, komm. Gut, weiter. So, da steht der begossene Pudel. So überbaut ist er natürlich nicht. Er steht ein bisschen bergab in der Serie. Ja. Jetzt ist trocknen angesagt, aber er ist sauber. Na, Männlein? So, der Serie ist fertig. Män ist auch schon eingeflochten. Schweif auch. Hänger ist gepackt. Und ja. Wir fahren jetzt los. Sind auch gut in der Zeit. Von daher passt das alles. Na, Männlein? Du bist wie immer tiefenentspannt, ne? Solange bist du ja gleich die ganzen Fremdungserde. Verladen lässt er sich ja zum Glück tadellos. Uh, siehst du so hübsch aus, Männlein. Und jetzt geht's los. Und jetzt geht's los. оп Krypt their baffer. zu bekommen. So damit passt das. Euh, siehst du so hübsch aus. Boat. und bougie deepen? Der Trevon. Der filmen wird selbst. Der Trevon. Der Trevon. Der Trevon. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.